Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trashformiert. Heute geht es um das Paar aus X on the Beach, auf das sich wahrscheinlich sehr viele gefreut haben, mich eingeschlossen und ich fand es sehr schade, dass sie so spät eingezogen sind. Und zwar geht es um Jessie und Abdo. Die beiden haben sich inzwischen schon geäußert und ein paar Q&As gemacht und das sehen wir uns jetzt an. Ich fange einfach damit an, mal vorzulesen, was schriftlich so gegeben wurde und ich beginne mit Abdo. Das ist eine Frage, die nichts mit X on the Beach zu tun hat, aber da hat jemand gefragt, sehen wir dich öfter im Reality-TV und dazu macht er natürlich ein schweigendes Emoji. Ich weiß teilweise nicht, warum Leute das fragen, denn man darf sich ja gar nicht äußern. Selbst wenn er ein neues Angebot hatte oder schon etwas gedreht hätte, dann darf er erst darüber sprechen, wenn die Produktion das Go gibt. Dann kam die folgende Frage, würdest du lieber mit Jessie oder Kim Virginia im Aufzug stecken bleiben? Und dazu sagte, lieber mit Kim. Für alle, die sich nicht erinnern, als er bei Temptation Island war mit Jessie, da war Kim eine Verführerin und sie war schon ziemlich übergriffig. Und ich meine, sie wurde sogar aus der Sendung entfernt danach, weil sie sich ab so beschwert hat, zumindest so die Gerüchte. Aber daher kommt diese Frage. Und das soll schon was heißen, wenn er lieber mit Kim in einem Aufzug stecken bleiben würde, als mit Jessie. Dann fragt jemand, bist du glücklich? Und er sagt, am Anfang war es schwierig, aber jetzt bin ich glücklicher als davor. Und ich denke, Jessie wird das auch so unterschreiben. Also ich habe ja ihre Antworten schon gesehen. Und bei ihr geht es auch in die Richtung. Ich denke daher, die Entscheidung war wirklich gut, sich zu trennen. Dann war da noch eine ziemlich interessante Frage dabei. Jemand fragt hier, Meinung dazu, dass Nicola extrem viel Zeit mit Jessie verbringen. Habt ihr überhaupt, und dann ist abgebrochen, wahrscheinlich habt ihr überhaupt noch Kontakt? Und dann sagt er, jeder soll mit dem Zeit verbringen, den er möchte. Wer bleiben will, der bleibt. Wer gehen will, der geht. Ganz einfach. Jessie hat tatsächlich sehr viele Storys geteilt mit Nicola. Die waren auf denselben Events unterwegs und ich glaube auch sonst immer wieder zusammen angetroffen. Ich glaube nicht unbedingt, dass da was läuft. Aber das ist mir auch schon aufgefallen. Fand ich schon ein bisschen verdächtig. Und da kann ich verstehen, dass diese Frage auftaucht. Schauen wir uns jetzt aber mal die Videos an, die ihr so gemacht habt, bevor wir uns Jessie widmen. Ich bin tatsächlich froh, den ganzen Stress loszuhaben. Vor allem mit meiner Ex. Von dem her, ja, ich war froh. Irgendwo. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Drama wäre noch geil gewesen. Aber ja, stay tuned, Freunde. Man weiß ja nie, was noch kommt. Hinter den Kulissen sieht meistens immer alles anders aus, Freunde. Glaubt mir. Ex on the Beach war für mich so eine Erfahrung wie Temptation Island auch. Also es war auf jeden Fall etwas für sich selber so. Eine einmalige Erfahrung. Und ja, also auf jeden Fall crazy. Es war crazy. Tatsächlich vieles so. Und da kamen auch bei der letzten Folge wieder so Sachen raus, wo ich mir gedacht habe, Mädchen, was ist eigentlich dein Problem so? Warum tust du sagen, ich tue die Sachen umdrehen, obwohl du eigentlich immer diejenige warst, die es so war? Aber wir lassen die Sachen jetzt einfach hinter uns. So, die Sachen sind geschehen. Alles ist passiert. Wir haben aus den Fehlern gelernt. Und ja, also Freunde. Bei manchen Sachen konnte ich ja echt nur den Kopf schütteln. Deswegen fange ich einfach direkt mal mit dem Ersten an, so wie es für dich im TV zu sehen, was sie über dich erzählt. So, ähm, damals hat es mich richtig abgefuckt, so weil ich wusste auch, ich weiß ja, wie sie ist, so. Und jetzt im Nachhinein mache ich mich so drüber lustig. Da vor Ort bist du ja sowieso so emotional so geladen. Da denkst du einfach nur so, Alter, was laberst du eigentlich für eine Scheiße? Und was versuchst du, meinen Ruf so kaputt zu machen? Weil sie ja sehr, 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 sehr viel Müll erzählt hat. Und ich habe von Freunden mitbekommen, was sie alles zu denen gesagt hat. Und es ist für mich dann auch alles nochmal so eine Schippe drauf. Deswegen, ja, ja. Hat man ja natürlich gesehen. Sie war geladen, ich war geladen. Aber so war sie schon immer so. Wenn sie eine Meinung hatte, dann war es einfach Gesetz. Und was man dagegen gesagt hat, hat halt gar nichts gebracht. Und deswegen ist sie mir auch immer wieder ins Wort gefallen. Und deswegen habe ich auch manchmal gar keinen Bock gehabt, einfach zu reden, so. Weil ich wusste, so. Ich sage, ah, und direkt da wird reingeballert, so. Ihr Name ist Kim Virginia. Wuhu. Keine Ahnung. Da musst du sie mal selber fragen, glaube ich. Definitiv, ja. Sie hat mich sehr oft angeschrien. Natürlich habe ich meine Fehler gemacht. Ich habe Kacke gemacht. So, und sie hat ja auch gemeint, ich hätte mich nie entschuldigt für die Scheiße, die ich gemacht habe. Da habe ich definitiv zu oft. Sonst wären wir nie so lange zusammen gewesen. Und, ähm, was soll ich hier sagen? Aber jeder geht seinen Weg, soll sie ihr Leben leben. Und ich lebe mein Leben, soll sie mich einfach in Ruhe lassen fertig aus. Dann ist alles gut so. Aber, ja, ein bisschen zu oft. Bin ehrlich, mir ist, äh, mein Herz in die Hose gerutscht. Und Gefühlschaos des Todes. Also, ich empfehle es keinem. Ich empfehle es einfach keinem. Nö. Also, ich bereue es definitiv nicht, bei Temptation mitgemacht zu haben. Wir waren ja danach noch zwei Jahre zusammen, so. Von dem her, ähm, es gab vielerlei andere Gründe auch, äh, weswegen wir uns getrennt haben. Klar, das sind so Fötter und Angeknax, ähm, auch bei Temptation, so. Aber bereuen? Nö. Ich habe tatsächlich sehr viel abgenommen. Und, äh, bin auch Ler geworden. Mittlerweile bin ich 25 Jahre alt, so. Und man wird dann einfach mal kanter im Gesicht, so. Habe ich von meinem Dad. Kann ich es dafür. Nichts ist unter Spritzt. Alles natural, Freunde. Alles natural. Also, tatsächlich hat es mich gar nicht gestört, wenn ich ehrlich bin. So, ähm, für mich eher ein Vorteil gewesen. Hatte wegen dem ganzen Stress. Liegt im Auge des Betrachters, ne. Also, manche werden sagen, äh, die werden zu Jesse halten. Manche sagen, die werden zu mir halten, so. Im Endeffekt, ähm, sieht man nur das, was im Fernsehen kommt. Und man weiß nie, was privat wirklich abgegangen ist. Und deswegen, ähm, ja, kann man da nicht vielen Menschen das recht machen, so. Man kann es versuchen zu erklären, irgendwie ein Stück weit. Aber ob man es annimmt oder nicht, das liegt immer noch bei einem selbst, so. Und, äh, ja. Also. Toxisch ist er auf jeden Fall, definitiv. Also, ob es eine gute Idee war, sieht er am Fernsehen, so, von dem her. Also, ich habe kein Problem damit gehabt. So, klar, es hat eigentlich wieder so hochgeholt mäßig, aber. Nö. Also, alles okay. Bin zufrieden. Und hier zeigt er nochmal ein Bild von sich, bevor er sein Gewicht reduziert hat. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen. Bei Axe on the Beach hat man gesehen, dass er so ein bisschen Dehnungsstreifen am Bauch hat. Und das ist der Grund. So sah er eben vorher aus. Und es hat natürlich sehr viele Leute interessiert, wie er zu dem Gewicht gekommen ist und so weiter und so fort. Aber das ist hier nicht das Thema. Dennoch wollte ich das mal einblenden. Vielleicht wollte der eine oder andere das auch sehen aus Interesse. Also, ich persönlich hätte mir schon gewünscht, dass man wer von den beiden gesehen hätte. An seiner Stelle hätte ich aber auch keine Lust gehabt, dort länger drin zu sein als nötig. Ich finde es ganz gut von ihm, dass er allgemein nicht zu sehr gegen Jessie ätzt. Aber er sagt dann auch ein paar Dinge, die nicht so cool sind. Also, erstmal geht nicht zu sehr ins Detail. Das finde ich schon mal ganz gut. Aber dennoch versucht er irgendwie ein Bild zu vermitteln, dass Jessie so eine Furie ist. Wenn sie so stark überreagiert, dann hat er sicherlich seine Gründe. Ich glaube nicht, dass sie aus heiterem Himmel von 0 auf 180 ist. Und zu sagen, sie sei so toxisch, naja, das wird sie sicherlich anders sehen. Und wir bewerten das nur als außenstehende Personen und können es daher gar nicht so richtig bewerten. Schreibt mir aber dazu bitte in die Kommentare, wie ihr das so seht. Also, da würde ich mich sehr interessieren, wie Abdus Aussagen hier allgemein bewertet. Und weil es immer zwei Seiten der Medaille gibt, müssen wir uns natürlich auch Jessie angucken. Ich gebe hier mal eine kleine Warnung. Wir haben viel mehr Details von Jessie. Ja, also sie hat sich viel mehr zur Sendung geäußert. Und daher ist da jetzt auch ein älteres Q&A mit bei. Abdus hat sich, glaube ich, nur zweimal oder so gemeldet, so richtig. Ich hatte das Gefühl, der hatte generell nicht so wirklich Bock, sich mit dem Thema zu befassen. Für ihn ist das Ding gelaufen und gut ist. Aber Jessie hat viel mehr zur Sendung allgemein gesagt und natürlich auch zu Abdus. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich habe mich auch mit zur meistgestellten Frage, was da mit der Freundin war. Und vielleicht hatte sie ja Unrecht und Abdus ja recht. Dazu muss ich sagen, Leute, das war nicht der Hauptgrund, warum ich mich getrennt habe. Wir haben noch ganz viele andere Streitpunkte bei Ex on the Beach thematisiert, die teilweise nicht ausgestrahlt werden durften. Aber zudem möchte ich einfach nur sagen, unsere Beziehung war irgendwann an dem Punkt, wo ich abdu kein Wort mehr geglaubt habe. Alles, was er gesagt hat, war für mich erstunken und erlogen. Und natürlich, glaube ich, dann meiner Freundin, die mich noch nie angelogen hat, die auch keinen Grund hat, mich anzulügen, wie meinem Partner, der mich nur angelogen hat. Und zu der Situation ist halt auch ein bisschen tricky, weil es kommt so rüber, wie als hätte meine Freundin sich allein mit ihm getroffen. Nein, so war das nicht. Ich kenne oder habe den Kontakt zu Abdus erst durch diese Freunde wiedergefunden. Also wir hatten einen gemeinsamen Freundeskreis. Und als ich im Urlaub war, haben die unabhängig von mir auch in der Gruppe in der Gruppe miteinander was gemacht. Und ja, dann ist eben diese Situation zustande gekommen. Und ich hätte das nicht auf die Goldwaage gelegt, wären im Vorfeld nicht zig Situationen passiert. Von hier, ich habe gehört, hätte sie was zugelassen, wäre da was passiert. Von Menschen, die ich nicht kannte, von Nachrichten, die ich nicht kannte. Wo er halt die Möglichkeit hatte, sich irgendwie immer fein rauszureden. Aber bei meiner Freundin, als es dann bei meiner Freundin passiert ist, war dann so, ja, was soll ich großartig dazu sagen. Für die ganzen Sachen, die er mir angetan hat, keine Entschuldigung bekommen. Man sieht es auch in dem Gespräch, in dem Date. Er gibt ja zu, dass er Scheiße baut, dass er mich angelogen hat. Aber dass er sich dafür entschuldigen sollte, hätte er nicht für nötig. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin an diesen Strand gegangen und bin davon ausgegangen, dass genug Zeit dazwischen war, dass er vielleicht mal ein bisschen reflektiert hat. Ich saß da und ich bin ehrlich davon ausgegangen, er kommt und entschuldigt sich. Und dann drückte mir so eine Ansage, dass ich Scheiße bei seinen Freunden über ihn geredet habe. What the fuck? Das, was wir in der Sendung im Endeffekt gesehen haben, war ja die Geschichte, das absolut sich wohl auch an eine Freundin von Jessie rangemacht hätte. Aber Jessie sagt eindeutig, dass es nicht der ausschlaggebende Grund war für die Trennung. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man mehr gezeigt hätte. Wurde viel mehr in diesem Gespräch besprochen, als wir gesehen haben. Ich fand es auch gut, dass Jessie sagt, er hätte die schlimmsten Seiten von ihr hervorgebracht. Also wird sie nicht von Grund auf einfach toxisch gewesen sein. Es ist ja oft so, dass ein Partner entweder die besten oder die schlimmsten Seiten von einem hervorbringen. Und wenn es wirklich so schlimm war, dann ist es für beide das Beste, dass sie getrennte Wege gegangen sind. Ich glaube aber auch, nach so einer langen Beziehung werden da immer noch irgendwelche Spannungen sein oder irgendwelche Emotionen, die ja irgendwo raus müssen. Und wenn man sich dann wieder sieht, dann eskaliert man einfach. Das wollen wir als Zuschauer im Endeffekt irgendwo auch sehen. Und dafür ist die Sendung schließlich auch da. Ich glaube, das erklärt es wahrscheinlich auch ein bisschen besser, warum sie so ausgerastet ist. Also sie hatte eine ganz andere Erwartung von dem, was passieren wird, wenn er in die Sendung kommt. Und diese Erwartung wurde einfach nicht erfüllt. Ihre Fantasie und Realität gingen quasi ganz weit auseinander. Und da kann ich verstehen, dass man sehr viel Frust in sich trägt und das irgendwo loswerden möchte. Sie sagt immer wieder, dass da viel mehr Probleme waren in der Beziehung und dass da viel schlimmere Dinge passiert sind als das, was wir gehört haben am Ende. Er sagt nichts davon, aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich denke nicht, dass sie ohne Grund wirklich einfach so ausrasten würde. Aber er scheint eine Person für sie zu sein, die sie auch so triggert, dass sie theoretisch ab diesem Zeitpunkt einfach ausrasten könnte, wenn er einfach nur atmet. Was ich ja anscheinend gesagt haben sollte, Leute. Ich habe nichts anderes ausgesprochen als die Wahrheit. Als ich die Beziehung beendet habe, ich bin bei seinen Freunden, die ja jetzt gar nichts mehr mit ihm zu tun haben, sondern mit mir was zu tun haben oder beziehungsweise mit unseren gemeinsamen Freunden. Ja, habe ich natürlich auch ehrlich erzählt, was alles passiert ist. Weil wenn man in so einer Beziehung steckt, dann trägt man ja seine Probleme auch nicht nach außen. Man will ja auch das für sich klären und miteinander klären. Und ja, dann war es halt over. Und dann habe ich halt auch erzählt, was Sache war. Und wenn er damit nicht zurechtkommt, wenn das für ihn die Scheiße war, die ich gelabert haben soll, sorry, aber dann war das die Scheiße, die er mir angetan hat. Ja, also wie gesagt, ich will jetzt zu unseren Streitthemen noch nicht viel vorweg nehmen, weil ich noch nicht weiß, was nächste Folge in dem Gespräch thematisiert ist. Man hat ja in der Vorschau gesehen, dass wir da noch ein Gespräch hatten. Spätestens dann kann ich auch ein bisschen offener über alles sprechen, was halt bei uns passiert ist, wie, warum, weshalb, wieso. Ich werde hier jetzt auch keine Details auspacken, weil das gehört sich für mich nicht. Aber damit man vielleicht auch so ein bisschen meine Reaktion nachvollziehen kann, was ich einfach nur sagen kann, dass dieser Mensch für mich ganz, 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 ganz gefährlich ist. Also ja, ich glaube, gefährlich ist einfach das richtige Wort in jeglicher Hinsicht. Und an der Stelle will ich halt auch sagen, ihr dürft halt auch nicht vergessen, ihr seht einfach wirklich nur minimale Sätze, aber dahinter steckt halt eine vierjährige Beziehung. In diesen vier Jahren ist so viel passiert, so viel, was sich auch zusammengestaut hat, was nicht gezeigt wurde, seine ganzen Provokationen bei diesem Date, Sätze, die er gedroppt hat. Ich hoffe so sehr, dass es in der nächsten Folge thematisiert wird. Wenn nicht, weil diesen Satz werde ich hier droppen. Den Satz hat er beim Date gedroppt. Deswegen empfinde ich, dass es mein Recht ist, hier auch droppen zu dürfen, weil das ging gar nicht. Und ja, hoffe einfach nur, dass das nächste Folge thematisiert wird und euch gezeigt wird. Vielleicht versteht man dann meine Reaktion, vielleicht versteht man dann, warum ich mich in Grund und Boden in diesem Moment geschämt habe und einfach nur das Date abbrechen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob das, was sie droppen wollte oder von dem sie nicht wusste, ob es gedroppt wird in der Sendung, da noch gezeigt wurde. Keine Ahnung, worauf sie hinaus wollte, aber in der letzten Folge gab es ja nochmal einen riesigen Streit. Korrigiert mich da bitte in den Kommentaren, falls ich falsch liege und da eine falsche Information habe. Auf jeden Fall hat sie da noch ein paar Storys gemacht, die nicht super spannend sind, aber eine fand ich ganz gut. Da hat sie nochmal auf seine Lügen angedeutet. Und zwar teilt sie da ein Reel von sich, in dem sie sagt, wenn er versucht, dir eine Ansage zu drücken, obwohl er die Scheiße gebaut hat, dann schreibt sie nochmal dazu, wer einmal, in Klammern mehrmals, mit einem Clowns-Emoji lügt, dem glaubt man nicht, wenn er die Wahrheit spricht. Und das war natürlich noch zu der ersten Folge, als die beiden reingekommen sind. Also das sind die älteren Q&As. Und wie gesagt, ich glaube, das, was sie wollte oder was sie zu sehen bekommen wollte, wurde dann nicht gezeigt. Schauen wir uns aber mal die weiteren Q&As von ihr an. Er hat mich gefragt, was bei meiner Familie geht. Ich habe ihn gefragt, was bei seiner Familie geht und das war es dann auch. Seitdem haben wir uns auch nicht mehr nochmal gesehen, nicht nochmal miteinander geschrieben, gar nichts. Nee, Lüge. Wir sind uns einmal im Club über den Weg gelaufen, aber haben uns auch nicht großartig beachtet. Ja, so ging es mit uns weiter und so hat es mit uns geendet. Ihr habt bei Ex on the Beach nur zwei Gespräche von mir und Abdu mitbekommen, weil es eben nur diese zwei Gespräche gab. Einmal das Aufeinandertreffen am Strand und eben in der letzten Folge die Eskalation auf diesem Rauchersofa. Und ich denke, wenn wir vorher eingezogen, wäre es eigentlich genauso gelaufen, wie es bisher abgelaufen ist, dass wir uns einfach nur die ganze Zeit gebieft hätten, weil es macht einfach von vorne bis hinten gar keinen Sinn mehr, mit diesen Menschen zu diskutieren. Und deswegen bin ich einerseits froh, dass ich nur so kurz drin war, aber andererseits natürlich schade. Ich habe es ja auch schon dort vor Ort gesagt in der Folge, es war halt wirklich nur, um seine Weste reinzuwaschen und solche halbherzigen Entschuldigungen war ich halt immer gewohnt. Deswegen habe ich auch so drauf bestanden, den Grund zu wissen, wofür er sich entschuldigt, weil den habe ich nie bekommen. Immer nur ein Sorry für alles. So, wenn man sich bei mir entschuldigt, dann begründe deine Entschuldigung auch bei mir oder zeig wirkliche Einsicht und nicht, okay, sorry, halt die Fresse. Ich habe schon in meiner letzten Fragerunde beantwortet, aber here we go again. Ganz einfach, weil er mich ständig angelogen hat. Warum sollte ich meinem Ex-Partner glauben, der mich täglich anlügt, wie einer Freundin, die mich noch nie angelogen hat, die auch keinen Grund hat, mich anzulügen. Und das war auch nicht der einzige Grund, warum ich mich getrennt habe. Ich hatte ganz viele Gründe, die alle nicht thematisiert worden sind bei Ex on the Beach, warum auch immer. Es wird einfach nur dieses hier mit der Freundin gezeigt. Ich will das jetzt auch nicht unnötig mit aufgreifen, aber ich hatte genügend Gründe. Und ja. Also ganz schwieriges Thema. Erik war ja jemand, den ich da drin gut fand. Er ist ja Best Bro jetzt mit Abdu. Umso mehr Abdu. Aber ja, spielt ja jetzt auch keine Rolle. Mit ihm hatte ich eigentlich ein gutes Verhältnis in der Villa die gesamte Zeit über. Mit Aline eigentlich auch. Danach ist es noch ein bisschen am Flughafen eskaliert, was richtig unnötig war. Was ich auch unnötig fand, dass sie damals in der Villa zu mir hergekommen ist und zu mir meinte, dass Erik gesagt hätte, ich hätte ein hässliches Gesicht. Und ich jetzt aber in der Ausstrahlung sehe, dass sie das gesagt hat. Ist für mich fake. Deswegen weiß ich nicht. Ich halte von beiden eigentlich nicht wirklich viel. In Kombination schon sowieso erst recht nicht. Bei mir war es tatsächlich einfach ein bisschen mehr Überforderung, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er an den Strand kommt und versucht, mir eine Anseite zu drücken. Ich saß da wirklich und dachte, er kommt und entschuldigt sich für alles. War nicht so, ihr habt es alle gesehen. Und bei mir waren es auf jeden Fall überwiegend Überforderungstränen, Wutstränen, Enttäuschungstränen, aber von Billings oder so war da von meiner Seite aus gar nichts mehr zu dem Zeitpunkt. Ja, und noch Fake-Tränen, ne? Den Chris habe ich bei meinem Filmfighting-Kampf kurz kennenlernen können. Ist für mich auch ein super sympathischer Kerl, aber zu dieser Thematik hier ganz, ganz dünnes Eis. Ich mag Alessa. Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht durch unser Filmfighting-Training, aber ich schätze Elli nicht so ein. Für mich war sie immer korrekt. Sie kam mir immer sehr real rüber, genauso ein Philipp. Er war für mich auch eine kleine Bezugsperson da drin. Ich habe sehr viel mit ihm quatschen können. Deswegen finde ich es auch hart, so etwas zu behaupten, ohne es auch richtig belegen zu können. Aber ich bin da sowieso nicht wirklich in dieser Thematik drinnen, weil mich das alles ehrlicherweise auch gar nicht juckt. Ich habe also sowieso mit niemandem mehr irgendwie was zu tun. Generell aus dem Reality, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Aber ich denke nicht, dass es stimmt. Ja, ich glaube, im Endeffekt kann man sagen, da sind sehr viele Dinge passiert, von denen wir wahrscheinlich niemals erfahren werden, was auch in Ordnung ist. Hauptsache, die beiden schließen ab oder können abschließen und auch einen neuen Partner finden. Und Jessie hat noch ein paar andere Dinge gesagt, wie ihr gehört habt, also zu ein paar anderen Personen dort aus der Sendung. Und jetzt kommen wir zu den abschließenden Stories. Das lese ich euch jetzt mal vor. Da fragt jemand, hast du die Art von ihm in den vier Jahren Beziehung vorher nicht gespürt oder schon auch? Und dazu antwortet sie, ja, aber für mich irgendwann normal. In Klammern dachte ich. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Wenn man nicht weiß, dass man in einer toxischen Beziehung ist, dann wird man das natürlich auch nicht gut erkennen können. Jetzt, wo sie raus ist, sieht sie vielleicht die ganzen negativen Muster, die die beiden an den Tag gelegt haben oder Verhaltensweisen, die nicht in Ordnung sind. Aber in dem Moment hat sie das halt durchgehen lassen, weil sie es auch nicht anders kennt. Man gewöhnt sich dann ja auch dran. Und ich meine, sehr viele Beziehungen, da bleiben Leute einfach zusammen, weil sie daran gewohnt sind. Es ist einfach die Macht der Gewohnheit am Ende des Tages. Und jetzt merkt sie eben, viele Verhaltensweisen waren nicht okay. Hey, sie sagt zwar nicht, dass viele Verhaltensweisen von ihr auch nicht okay waren, kann ich mir schon vorstellen. Das schaukelt sich ja häufig hoch bei solchen negativen Beziehungen. Daher ist es schon gut, dass die beiden getrennt sind. Dann wurde sie auch gefragt, bereust du die Trennung? Dazu sagt sie, auch wenn ich mir alles anders gewünscht hätte, bereue ich es keine einzige Sekunde. Ich bin jetzt knapp ein Jahr ohne ihn, war in der Zeit in acht verschiedenen Ländern, habe eine schöne Wohnung gefunden, bin wieder näher an meiner Familie, kann einfach ohne Kopfschmerzen leben, fühle mich frei. Und das Allerwichtigste, ich habe endlich wieder meinen Wert erkannt. Ja, also sie beendet die ganze Sache positiv. Am Ende kann man ja eigentlich nur sagen, gut, dass sie die Reißleine gezogen hat. Das hat wohl von vorn bis hinten nicht mehr funktioniert. Wir sehen es ja an deren Kommunikation, die können gar nicht mehr miteinander. Und da fragt man sich natürlich, wie geht es weiter? Haben die beiden inzwischen eine neue Partnerschaft? Und Jessie hat sich dazu geäußert und teilte einmal dieses Bild und antwortet auf die Frage, bist du bereit, in der Zwischenzeit jemanden kennenzulernen? Und dann sagt sie, ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit jemanden kennengelernt, der mir einfach nur wieder bewiesen hat, was es für Menschen da draußen gibt. Und deshalb, man kann es sich schon denken, ist sie Single. Und ich zeige euch jetzt, was sie zum Abschluss dazu sagt. Und das war es auch schon wieder von mir. Vielen lieben Dank für alle, die reingeschaltet haben und sich das bis zum Schluss angeguckt haben, die diese Nachricht jetzt noch hören. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag oder eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet für den Algorithmus oder das Video liken würdet, das Video teilen würdet. Und wenn ihr nichts weiteres von mir verpassen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch meinen Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, um über alle neuen Videos oder generell neue Inhalte benachrichtigt zu werden. Das war es von mir. Auf Wiederhören.